jo moin freunde heute abend im club graf kassel die wollen in berlin michael kohlbecker schattentanz release party mit evo sonic live übertragung ab 22 uhr geht es los mit dabei sind michael kohlbecker chris lehmann hammerschmidt hier und ich bin auch dabei und wir haben schon richtig bock wir sehen uns später im graf karl im graf karl angekommen ihr seht richtig nice hier auf geht's in die geile nacht so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.